Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, drei Tage mit interessanten und spannenden Inhalten liegen hinter uns. Und die letzten Beiträge unseres Online-Formats SATA Insight erwarten Sie. Freuen Sie sich heute auf die Vorstellung unserer Filtersysteme durch unseren Vertriebsleiter Deutschland und Österreich, Sebastian Scholz. Den SATA-Talk zu Markttrends in der Lackierbranche, die Reportage darüber, wie die Staudstudios jedes Fahrzeug ins beste Licht rücken und die Tipps unserer Anwendungstechnik zum Thema Druckverlust in der Lackierkabine. Wir hoffen, unser Programm der letzten Tage hat Ihnen gefallen. Und wir vertrauen darauf, dass wir uns spätestens im nächsten Jahr auf der Automechanica 2021 in Frankfurt persönlich sehen können. Bis dahin werden wir das Format der SATA Insight fortführen und immer weiter spannende Themen, Reportagen, aber natürlich auch Anwendertipps für Sie bereitstellen. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf diesem Kanal begrüßen zu können. Ihr Team von der SATA wünscht Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie mehr über die SATA und unsere Produkte wissen möchten, rufen Sie uns an. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.